Hallo alle zusammen, hier ist das Verlängerungskabel mit integrierten vier Steckdosen. Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt, wenn man sich das hier anguckt. Und insgesamt kann man hier glaube ich 3000 Watt mit betreiben. Das heißt, hat man ein sehr leistungsstarkes Gerät, ein Rasenmäher oder so, kann man hier wahrscheinlich nur einen betreiben. Hat man aber mehrere Handys oder so, die man laden möchte, ist das durchaus möglich, dass man alle vier hier verwendet. Auf der Seite kann man sehr, sehr einfach hier das Kabel rausziehen. Das Kabel, man sieht es, das ist sehr, sehr dick, das gefällt mir sehr gut. Und hier ist noch ein ganz, ganz kleiner Knickschutz drin, also hier hätte man sicher auch ein bisschen größer machen können. Nichtsdestotrotz funktioniert das recht gut. Hier kann man die ganze Sache dann noch aufkurbeln, also einfach hier reinreißen. Und dann, was man natürlich in die richtige Richtung bringen, kann man das einfach aufdrehen und wieder zumachen. Alles ist gut geschützt. Das Gehäuse selbst ist hier aus dem harten Plastik, aus zwei Teilen. Und der Griff hier oben, der ist auch so ein Gummi-Material, das heißt, der ist so ein bisschen flexibel und beweglich.